Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zur fünften Vorlesung meiner kleinen Miniserie zum Weltbild der Physik in der vorlesungsfreien Zeit zwischen dem Wintersemester 2021 und dem Sommersemester 2021 an der Universität Konstanz in der Corona-Zeit. Die Uni ist geschlossen und deswegen mache ich hier diese Vorlesung, diese Sondervorlesung in meinem kleinen Videostudio. Und der Inhalt dieser Vorlesung ist eigentlich so eine Art Katechismus, also die Zusammenfassung der wesentlichen Grundsätze der Physik, wie unser Universum funktioniert und was das Universum überhaupt ist. Und es hangelt sich, diese Vorlesung, entlang des Inhalts eines Buches, das ich vor anderthalb Jahren mit Ernst Peter Fischer zusammen publiziert habe, am Sonntag nach der Schöpfung, ein Katechismus der modernen Naturwissenschaften. Und vier Vorlesungen haben wir schon hinter uns, da waren zwei über die Struktur der Raumzeit. Das ist die Frage, ist der Fisch in der Lage zu erkennen, was Wasser ist? Und wir sind ja in der Raumzeit, können wir erkennen, was Raumzeit ist? Und dann gab es zwei einzelne Vorlesungen aus dem Kapitel 2 hier über das Thema Zeit. Was ist Zeit eigentlich? Und das konnte ich gar nicht umfassend beantworten, sondern ich hatte nur einige Publikumsfragen und die diskutiert, um so ein bisschen einen Einblick zu geben, was Zeit so nach der Auffassung der Physik, beziehungsweise nach dem, was ich davon verstanden habe, was das wohl am besten beschreibt, was das sein könnte. Und jetzt geht es weiter mit einem weiteren Kapitel hier aus diesem Buch. Teilchen, also woraus besteht die Welt? Woraus besteht alles, was wir hier sehen? Woraus besteht der Boden, das Haus, der Planet oder auch dieser Plastikzeigestock hier? Und das hat die Menschen eigentlich schon immer umgetrieben herauszufinden, woraus besteht denn eigentlich Materie, Substanz? Was ist das überhaupt? Ja, und es gab eben zu Beginn, und da gehen wir zurück in prähistorische Zeiten oder auch dann weiter in 2000, 3000 Jahre vor heute in die antiken Kulturen, da gab es eigentlich eine Teilung in zwei Welten. In die Welt der Geister, die spielte sich also in meinem Kopf ab und die war subjektiv. Was ich an Geistern wahrnahm oder was ich der Geisterwelt selber als ich zuordnete, das musste nicht dasselbe sein, was andere gesehen haben. Jeder hatte seine eigenen Visionen. Und für die Menschen damals, da war die ganze Welt und auch die Gegenstände, so ein Baum zum Beispiel oder die Sonne, die waren ja Entitäten, Entitäten, das waren Bewusstheiten, also Götter, Naturgötter, und die konnten angebetet werden oder man konnte sie auch um Hilfe bitten. Die ganze Welt war für die Menschen damals angefüllt mit anderen Bewusstseinen, also mit Göttern, die man ansprechen konnte. Und dieses Materialistische, was wir heute haben, das war ganz wenig. Also man hat sehr wenig an tote Materialien oder sowas gedacht. Und wir haben ja ein Beispiel für so einen Naturgott und wir gehen zurück in eine Zeit 1500 vor Christus, also 2500 Jahre, 3500 Jahre vor heute, der alte gyptische Sonnengott Reh. Das heißt, die Sonne, das war auch so ein Hauptgott, so ein Chefgott. Da gab es so eine ganze Hierarchie von Götter und Göttinnen. Und das war eben der wichtigste Gott damals zu dieser Zeit, weil die Sonne natürlich für das Leben, für die Möglichkeit des Lebens auf der Erde verantwortlich war. Also so der Lebensspender. Das ist hier so eine sehr schöne Zeichnung von Wikipedia. Hier unten ist der Link angegeben. Das war die Welt der Geister und die war eigentlich dominant. Das war die viel größere Welt. Und dann gab es zunehmend in der Wahrnehmung in diesen letzten 2000 Jahren immer mehr in Richtung, was ich mal Materialismus nennen will, also diese Entgeisterung unserer Umgebung, immer weniger Geister oder Götter, sondern es gab diese Welt der Materie. Die gab es damals aber auch schon. Und im Gegensatz zu der Welt der Geister war diese Welt der Materie objektiv. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Stock in der Hand habe, dann hätten hier 100 Umstehende, würden auch sagen, ich habe einen Stock in der Hand. Im Gegensatz zu Geistern ist dieser Stock also in der Wahrnehmung eines jeden anderen Menschen der Gleiche. Jeder sieht das Gleiche und das ist so die objektive Außenwelt. Objektive und Vorgänge, die von allen Menschen gleichermaßen wahrgenommen werden. Und das ist eigentlich die Frage, um die es jetzt in diesem Video geht. Woraus besteht genau diese Materie außerhalb von unserem Bewusstsein? Und natürlich auch wir selber. Wir sind ja auch gegenständlich. Meine Hand besteht ja offenbar aus irgendwas. Und das gehört auch dazu. Woraus besteht meine Hand oder eben dieser Zeigestock? Ja, und da ging es ganz früh los mit dieser Frage. Und zwar antike Kulturen. Wir gehen also in eine Zeit hier, 600, 500, 400 vor Christus in Griechenland. Und da haben wir Thales von Millet. Der lebte zwischen 624 und 546 vor Christus. Und er hat gesagt, alles ist Wasser. Also in irgendeiner beliebigen Form. Also auch dieser Zeigestock hier, der würde so aus Wasser bestehen nach seiner Meinung. Und zwar so in verschiedenen Formen. Die Leute hatten schon wahrgenommen, das Wasser, wenn man das abkühlt, dann wird es fest. Und wenn man es verdampft, wird es gasförmig. Also so dieser Ansatz ist das. In verschiedenen Verdichtungsformen besteht alles, aber letztlich aus einer einzigen Substanz, der Ursubstanz. Und nach der Meinung von Thales von Millet war das eben Wasser. Ja, in der Tat ist in diesem Plastikzeug hier allerhand Wasserstoff drin. Also Wasserstoffatome, aber in anderen Verbindungen, eben mit Sauerstoffluhr und einem möglichen anderen. Das hat eigentlich doch eher weniger mit Wasser zu tun. Aber die Idee ist, alles die gleiche aus der gleichen Ursubstanz. Also in dem Fall eben vereinfacht Wasser. Weil ja Wasser als sehr wichtig, auch übrigens für das Leben. Und dann eben diese Riesenmengen an Wasser in den Ozeanen. Und das eben, der größte Teil im Universum ist irgendwie Wasser. Ja, das hat Anaximenes modifiziert, auch im Millet, ungefähr zur selben Zeit hier. 585 bis 528 vor Christus. Er meinte, alles ist Luft. Naja, okay, kann man auch sagen, alles ist Luft. In verschiedenen Verdichtungsformen war er meinte, das ganze Universum, also nach oben ist voller Luft. Also Vakuum, da hatten die keine Idee von. Also Vakuum ohne Luft. Also alles ist Luft und was an Substanz da ist, wie diese Tasse hier oder so, das ist eben verdichtete Luft. Ja, okay, ist also so ein ähnlicher Ansatz wie mit dem Wasser. Und dann gibt es noch jemanden, der meinte, alles ist aus einer Substanz, nämlich alles ist aus Feuer. Das ist Heraklit von Ephesus, 520 bis 460 vor Christus. Und was Feuer ist, da hatten die alten Griechen oder die antiken Kulturen eigentlich überhaupt keine Chance, darauf zu kommen. Sie merken nur, ich kann also Holz verbrennen oder ja, also man kann alles Mögliche verbrennen und Feuer ist irgendwas Besonderes. Und er meinte, dass Feuer eigentlich die Ursubstanz ist. Und da kann man ein bisschen, ja, also sozusagen gezwungen, kann man eine Parallele zur heutigen Zeit sehen, eh gleich im C-Quadrat von Albert Einstein. Energie und Masse sind äquivalent und insofern ist eigentlich auch Masse, wie dieser Zeigestock hier, ist Energie nach Einstein. Also, und Feuer ist natürlich eine Erscheinungsform von Energiefreisetzung. Also, wenn man so wollte, kam Heraklit damals schon auf diesen Grundgedanken von Albert Einstein. Aber ich glaube, das wäre jetzt ein Überstrapazieren dieser Analogie, denn Heraklit hatte sicher eine ganz andere Auffassung von Feuer als Albert Einstein. Gut, also, das waren jedenfalls die Ideen. Alles besteht aus einer Ursubstanz, so einer Art Ton, aus dem alles zusammengeknetet wird. Ja, da könnte ich eigentlich fragen, was ist denn heute eigentlich die Einstellung? Gibt es sowas, dass alles nur aus einer Substanz, aus einer, meinetwegen, Elementarteilchensorte besteht? Oder kommen wir mit einer Substanz nicht aus? Aber da komme ich am Schluss dieser Vorlesung dazu, was eigentlich das aktuelle Bild ist, woraus alles besteht. Jetzt geht es erstmal weiter. Empedokles oder Empedokles von Agrigen 495 bis 435 vor Christus. Die vier Elemente Feuer, Erde, Wasser, Luft sind ewig existierende und unveränderliche Grundsubstanzen. Und da ging das los mit dieser Vier-Elemente-Lehre. Und die hat sich hingezogen so bis Ende des Mittelalters, vielleicht ins 17. oder 18. Jahrhundert hinein. So lange bestand diese Idee, dass alles, was die Außenwelt ausmacht an Materie, also Substanz, besteht aus diesen vier Ursubstanzen. Feuer, Erde, Wasser und Luft. Das ist also eine Vereinigung dieser, ja es sind hier nur drei, dieser Urideen. Alles ist Wasser, alles ist Luft, alles ist Feuer. Und dann braucht man noch was Viertes, irgendwie mit der Erde, dass alles Erde ist. Und da zählen eben auch die Metalle dazu. Und das haben die Menschen über, ja, 2000 Jahre lang geglaubt, dass das die vier Grundelemente sind. Ja, war also die Idee. Alles besteht aus vier Ursubstanzen oder Urelementen. Und das kann man hier im Englischen Wikipedia ganz schön nachlesen. Classical Element ist da im Englischen Wikipedia das Stichwort. Diese Annahme, dass alles aus solchen vier Grundelementen, Grundsubstanzen besteht, die hat Plato noch weiter verfeinert. Und zwar hatte Plato hier gezeigt, so fünf Vielecke oder Körper gefunden, die aus gleichzeitigen Vielecken zusammengebaut werden können. Also hier haben wir Dreiecke, Dreiecke, Vierecke, hier nochmal Dreiecke und das hier sind eins, zwei, drei, vier, fünf, Fünfecke. Und da kann ich dreidimensionale, sehr regelmäßige Körper, die platonischen Körper daraus bauen und das sind fünf Stück. Und jetzt gibt es diese vier Urelemente und deswegen hatte Plato gemeint, da gibt es so eine Parallele. Und zwar hat er diesen Tetraeder hier aus eins, zwei, drei, vier, gleichseitigen Dreiecken, hat er dem Feuer zugeordnet. Das wäre also der einfachste Körper. Dann gibt es hier diesen Würfel, auch ein sehr einfacher Körper, den hat er der Erde zugeordnet. Dann hier den Ikosaeder aus einer ganzen Menge von gleichseitigen Dreiecken, dem Wasser und den Oktaeder hier der Luft. Da sieht man die Vögel. Und dann gab es noch einen fünften Körper, den er gefunden hatte und dem hat er, den Dodecaeder hier, den hat er dem Himmel, dem himmlischen zugeordnet. Und das ist eine Substanz, die es eben auf der Erde nicht gibt. Ein fünftes Element, das eben auf der Erde nicht vorkommt und deswegen haben wir auf der Erde eben über so lange Zeit geglaubt, dass alles aus vier Elementen besteht. Aber diese Zuordnung zu diesen platonischen Körpern und das aus einer Zeit hier, 425 bis 348 vor Christus hat Plato gelebt, das zeigt, wie wichtig diese Vier-Elemente-Theorie über so lange Zeit war. In China gab es dagegen fünf Elemente, wobei aber die Parallele der chinesischen Elemente kommt noch eins dazu. Es gab also hier eine Unterscheidung zwischen Metall und Erde. Im europäischen System gab es eben nur die Erde. Diese Elemente sind aber nicht in der Bedeutung das gleiche wie die Elemente im europäischen Raum. Die Elemente im europäischen Raum, diese vier Urelemente, die sind ähnlich den chemischen Elementen. Also sie sind unbelebt im europäischen Denken und es ist wirklich das, woraus irgendwas besteht. Aber im chinesischen Raum, Geister-Denkraum, da bedeutet Element viel mehr. Es ist zum Beispiel eine Tugend oder auch ein Geist. Es hat also eine Vielfalt an Auswirkungen auf das menschliche Leben, nicht bloß ein Bestandteil, eine Substanz, aus der irgendetwas besteht. Und da gibt es eben jedenfalls fünf, Wasser, Holz, Feuer, Erde und Metall, die fünf Elemente hier. Und es gibt Beziehungen zwischen diesen fünf Elementen. Und das deuten hier diese Pfeile an. Erstmal diese relativ schlecht zu erkennenden blauen Pfeile rechts herum und dann diese roten Pfeile. Und da gibt es Beziehungen, mehrere verschiedene, aber eine ist zum Beispiel erzeugend, die andere ist overcoming, also überwältigend oder besiegend. Zum Beispiel Holz füttert oder ernährt das Feuer. Und das Feuer selbst erzeugt Erde, Asche. Die Erde enthält das Metall und so weiter. Das sind also hier diese Pfeile, die also diesen Kreis ausmachen. Und overcoming heißt überwältigend, überlegen sein. Das Holz spaltet die Erde. Die Erde absorbiert das Wasser. Das Wasser löscht das Feuer. Das Feuer schmelzt das Metall und das Metall, also das Beil, das zerhackt das Holz. Overcoming. So sind die Beziehungen der fünf Urelemente im Chinesischen. Aber wie gesagt, man kann das auch mit menschlichen Tugenden interpretieren. Und es gibt viele verschiedene Interpretationen in der chinesischen Philosophie. Jedenfalls hier fünf Urelemente. Und diese vier Elemente Theorie oder dieser Denkansatz im europäischen Raum und auch mit den fünf Elementen im chinesischen Raum, der hatte über Jahrtausende Gültigkeit. Ja, das ist also der Stand der Dinge. Jetzt kann man auch die Frage stellen, kam denn eigentlich mal irgendeiner noch auf die Idee zu fragen, woraus besteht denn jetzt so ein Urelement wie Luft oder wie Feuer oder wie Erde? Also Feuer ist ein bisschen schwieriger. Nehmen wir mal lieber Erde oder Wasser. Und da hatten schon ganz früh die alten Griechen die Idee, also bestimmte alte Griechen, dass es Atome geben könnte. Also dass eine Substanz, ähnlich wie Sand, besteht eben aus Sandkörnern. Und die hatten sich gedacht, Wasser besteht aus Wasserkörnern. Also einem ureigensten Wasserkrümel. Ein kleines, nicht mehr teilbaren Bestandteil, Baustein des Wassers, der aber für sich alleine schon die Eigenschaften des Wassers hat. Also sowas wie die Ureinheit des Wassers. Und das war Leukip vom Abdera und Demokrit von Abdera in dieser Zeit hier, 450, 60 bis 370 vor Christus. Unteilbare Atome, und das wurde vielleicht noch akzeptiert, das ist so eine Art Bausteinsystem. Also so eine Ursubstanz besteht aus irgendwelchen unteilbaren, kleinsten Bausteinen. Aber was sie dann auch annehmen müssten ist, was habe ich denn, wenn ich jetzt diese Bausteine wegnehme? Oder wo bewegen die sich denn drinnen? In einem Vakuum. Und sie mussten dazu, für ihre Atomtheorie, mussten sie das Vakuum einführen. Also die Abwesenheit von Atomen. Und das konnten sich die Menschen eben gar nicht vorstellen. Und deswegen war die Atomtheorie 2000 Jahre lang, bis zum Beginn der Neuzeit, war die weg. Also wurde nicht diskutiert, weil Vakuum, die Abwesenheit von Substanz, war nicht vorstellbar. Aber damals gab es die ersten Gedanken in diese Richtung. Gut, also das war so ein Gedanke, der aber nur kurz aufflackerte in der Geschichte vor 2400 Jahren und dann wieder verschwand. Alles besteht aus Atomen. Und wie wir heute wissen, ist das im Wesentlichen richtig. Also normale Substanzen, wie wir sie auf der Erde vorfinden, Wasser, Erde und so weiter, das besteht alles aus Atomen. Also war schon mal ein ganz guter Ansatz. Ja, und dann ging es weiter. Wir machen einen Zeitsprung hin in eine Zeit. Ja, wo ging es denn los? Hier, 1669 wurde der Phosphor entdeckt. Und dann begann eine Phase, dass immer mehr, was wir heute wissen, chemische Elemente sind. Die wurden entdeckt. In der Antike waren von diesen chemischen Elementen, also Reinststoffe, die nicht aus Verbindungen verschiedener chemischen Elemente bestehen, da waren nur diese hier bekannt. Kohlenstoff, Schwefel, Eisen, Kupfer, Zink, Silber, Zinn, Gold, Quecksilber und Blei. Und zwar auch deswegen, weil diese Substanzen elementar in der Natur vorkamen. Also zum Beispiel gab es freies Quecksilber. Und ich kann mich erinnern, gelesen zu haben, dass die Römer sogar Thermen hatten. Also nicht so richtig Thermen, aber eben so, ja, das war in Höhlen. Da gab es natürliche Quecksilbervorkommen und das waren so Quecksilberseen. Also wirklich so eine Wanne mit Quecksilber. Ich weiß nicht, also das habe ich gelesen. Und da haben die drin gebadet. Jetzt kann man natürlich in Quecksilber nicht baden, weil Quecksilber ist ja viel schwerer als das menschliche Gewebe. Das ist ja ungefähr so schwer wie Wasser und Quecksilber ist 15 oder 16, 17 Mal schwerer als Wasser. Das heißt, man taucht nur ganz wenig ein. Aber da waren die Leute auch der Meinung, dass das jetzt super gesund ist, so ein Quecksilberbad zu nehmen. Also ich muss sagen, gut, wir wissen heute, dass es ziemlich giftig ist. Es ist ein Schwermetall. Man kriegt zum Beispiel so Haarausfall und sowas alles. Aber trotzdem, es muss ein phänomenales Gefühl sein, mal in Quecksilber zu baden oder da drauf zu liegen. Ja, ein flüssiges Metall, sehr, sehr schwer. Na gut, also sie kannten jedenfalls diese Substanzen hier, hatten allerdings, denke ich mal, nicht erkannt, dass es sich um chemische Grundelemente handelte. Also nicht Verbindungen wie Zinnober, ist eine Quecksilberverbindung mit Sauerstoff, sondern eben der Reinstoff. Das wissen wir heute. Da braucht man eigentlich die Atomvorstellung dazu, dass man unterscheiden kann zwischen chemischen Verbindungen und chemisch reinen Elementen. Jedenfalls waren diese Elemente hier oder Substanzen bekannt. Im mittelalterlichen Bergbau kamen dann noch ein paar dazu, Kobalt, Nickel, Wolfram und noch ein paar andere Metalle. Und die wurden nach Berggeistern benannt. Da war also immer noch dieses Thema im Mittelalter, dass Substanzen auch irgendwas Göttliches haben. Der Spirit, der Geist, der Substanz. Da war also nicht sauber getrennt zwischen der Welt der Materie und der Welt der Geister, der Zauberei. Ab 1969 habe ich gerade, 1669 habe ich gerade schon gesagt, da ging es dann richtig los. Da wurde Phosphor entdeckt und viele neue Elemente. Und bis 1869 waren immerhin 77 Elemente bekannt. Und das sind eine ganze Menge. Denn insgesamt gibt es etwa 80 stabile Elemente. Stabil meint nicht radioaktive Elemente. Also sind so die normalen Elemente, mit denen wir im Alltag zu tun haben. Chemische Elemente meine ich jetzt. Also 1869. So lange hat es gedauert, bis die Menschen eine einigermaßen komplette Übersicht hatten über die vielen chemischen Elemente, also verschiedenen Atomarten, aus denen alles in unserer Welt besteht. Ja, aber die Idee, dass es sich um Atome handelt, also dass Schwefel aus immer den gleichen Schwefelatomen und keiner anderen Art von Atomen besteht, die Idee kam dann wieder auf. Das hat aber sehr lange gedauert. Wie gesagt, die alten Griechen, Demokrat, die hatten diese Idee schon mal. Und das hat also hier, 1755 bis 1826 lebte Josef Louis Proust und John Dalton 1766 bis 1844, die kamen auf die Idee, dass wir Atome haben. Und zwar, nachdem man entdeckt hat, dass es so viele verschiedene chemische Elemente gibt und dass man die miteinander reagieren lassen kann, haben sie festgestellt, dass diese chemischen Elemente, die verschiedenen, immer nur in bestimmten festen Verhältnissen miteinander reagieren. Also Beispiel ist Wasser, H2O. Ich brauche zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom, um ein Wassermolekül zu bauen. Und das lässt sich umrechnen in Volumina. Ich nehme ein bestimmtes Volumen Wasserstoff und ein bestimmtes Volumen Sauerstoff. Und das mische ich, dann ergibt sich Knallgas, das ist explosiv, lasst das reagieren, bildet sich Wasser. Und es bleibt dann immer, wenn das Verhältnis ursprünglich vom Wasserstoff zu Sauerstoff, das muss nämlich 2 zu 1 sein, weil es H2O ist. Ich brauche doppelt so viel Wasserstoff wie Sauerstoff. Wenn ich dreimal so viel Wasserstoff nehme wie Sauerstoff, dann bleibt Wasserstoff übrig. Und nur das, was wirklich passt, reagiert zu H2O, zu Wasserstoff. Das ist das Gesetz der multiplen Proportionen. Oder, ich lese mal den Text hier vor, dass sich die chemischen Elemente nur in bestimmten ganzzeitigen Verhältnissen miteinander zu Molekülen verbinden. John Dalton erklärte dieses Phänomen 1808, ja, also 200 Jahre her. Seit ungefähr 200, jetzt haben wir 2020, seit ungefähr 220 Jahren befinden wir uns eigentlich in einer wissenschaftlichen Welt, in der die Außenwelt immer weniger von Geistern erfüllt ist und immer mehr versucht wird, die Außenwelt durch, ja, also einigermaßen kalten Materialismus zu beschreiben. Das war also hier so ein Wendepunkt, 1808. Damit, dass die Elemente aus nicht mehr teilbaren, kleinsten Einheiten bestehen müssen, um dieses Gesetz der multiplen Proportionen zu erklären. Und griff für diese Teile den alten griechischen Begriff des Atoms wieder auf. Gesetz der multiplen Proportionen hier, das ist der Wikipedia-Link, da kann man das nachschauen. Und wir haben hier so eine alte Zeichnung aus dieser Zeit und wir sehen hier zwei atomige Moleküle und die kleinen Kreise hier sind eben die Atome und was da für Symbole drin sind, bezeichnet eben verschiedene Arten von Atomen. Also jetzt weiß ich nicht genau, was der senkrechte Strich oder auch ein leerer Raum in dem Kreis bezeichnet, aber diese ternäheren Verbindungen aus drei Atomen, das könnte zum Beispiel H2O sein, mit einem Sauerstoff in der Mitte und zwei Wasserstoffatomen rechts und links. Ja, und da kam eben diese Idee auf, dass wirklich alles an Materie aus Atomen besteht und dass es eben verschiedene Arten von Atomen gibt und dass ein einzelnes Atom schon die Grundeigenschaft des Schwefels, des Wasserstoffs oder auch des Eisens in sich trägt. Das wurde weiterentwickelt, 1869, hat also nochmal ordentlich lange gedauert, zu dem Periodensystem der Elemente. Und das ist ja eine moderne Darstellung, also schon alle Elemente, die wir heute kennen, ja praktisch alle, gibt vielleicht noch ein paar zusätzliche, die Forscher für Nanosekunden oder noch kürzere Zeit, die sind alle hochradioaktiv zerfallen, sehr schnell, sehr schnell, aber es gibt vielleicht noch ein paar mehr, die so entdeckt wurden, aber das sind die meisten, die so gängig sind und dieses Periodensystem entstand im Wesentlichen in 1869 mit Dimitri Mendeleev und Lothar Mayer und das ist dieses Periodensystem der Elemente und sie erkannten da, dass es eine ganze Menge chemische Elemente, also dass es überhaupt chemische Elemente sind und nicht chemische Verbindungen, man muss erst mal, also zum Beispiel Rost, Rost ist Eisenoxyd, da muss man erst mal drauf kommen, Rost ist ja was ganz anderes, es könnte ja auch ein chemisches Element sein, ganz neues eben, aber es besteht eben aus Sauerstoff und Eisen und diese Urbestandteile, diese Reinsbestandteile, die kann man nicht weiter in andere chemische Elemente aufgliedern, Eisen ist eben eine Sorte Atome. Gut, und Sie haben erkannt, dass eben bestimmte Atomarten, Elemente gleiche Eigenschaften haben, sehr ähnliche, wie die Alkalis hier zum Beispiel, Cäsium, Robidium, Kalium, Natrium, Lithium sind ähnlich und auch hier ganz rechts, diese blauen, das sind die Edelgase, die sind eben alle gasförmig und deswegen entstand diese besondere Ordnung hier des Periodensystems der Elemente und sie bezeichnet Klassen von Atomen, die ähnlich sind und all diese Elemente bestehen nur aus einer einzigen Atomsorte und es sind alles verschiedene Atome, also Eisenatome haben bestimmte Eigenschaften, die sind anders als zum Beispiel die Eigenschaften des Kobalts oder des Nickelatoms. Im Wesentlichen unterscheiden sie sich allerdings nur durch eine Zahl und das ist die Ordnungszahl und das ist hier die 24, 25 oder Wasserstoff hat die Ordnungszahl 1, Helium hier oben rechts hat die Ordnungszahl 2 und diese Ordnungszahl ist ganz wichtig, sie kennzeichnet nämlich die Grundeigenschaften des jeweiligen Atoms. Man kommt eigentlich mit der Ordnungszahl alleine schon drauf, wenn man weiß, wie ein Atom überhaupt aufgebaut ist, wie dieses Atom eigentlich aussehen müsste. Also die Ordnungszahl und das schwerste stabile Atom hat die Ordnungszahl 83, das ist das Wismut. Das ist nicht radioaktiv und alles jenseits von 83 mit einer noch höheren Ordnungszahl, das sind dann diese ganz schweren Metalle wie Uran zum Beispiel, die sind instabil zerfallen im Laufe der Zeit und das heißt sie sind radioaktiv. Gut, da war man also soweit, dass man sagen konnte, alles besteht aus 80 Elementen, chemischen Elementen. Ja, und dann gab es also hunderttausende von chemischen Verbindungen oder noch mehr. Okay, aber eben alles, also Leben und tote Materie besteht eben aus diesen 80 Elementen. Es sind übrigens nicht 83, sondern ungefähr 80, weil es zwischendrin in diesem Periodensystem gibt es nochmal zwei leichtere Elemente, hier zum Beispiel das Technetium, das Lichtstabil ist auch radioaktiv, das ist eine Besonderheit, das kann man nur erklären, wenn man tiefer in die Kernphysik eintaucht. Dieses Element ist zwar ein relativ leichtes Element, ist aber radioaktiv, das kommt also in der Natur so gut wie gar nicht vor und mit diesen 80 Elementen hier meine ich die radioaktiv gesehen stabilen Elemente. Gut, also das wäre jetzt die These, alles besteht aus Atomen und es gibt 80 verschiedene Arten von stabilen Atomen. Da wären wir jetzt mal an der Stelle angekommen. Jetzt waren die Leute nicht so zufrieden mit diesen 80 verschiedenen Atomen. Also 80 ist jetzt eine Zahl von Bausteinen, da ist man unzufrieden mit. Man denkt, die Welt müsste einfacher sein, die müsste aus weniger Urbestandteilen bestehen und deswegen fragen sie sich, woraus besteht denn so ein Atom? Und wieso gibt es 80 verschiedene Atome? Was macht denn den Unterschied zwischen einem Eisenatom und einem Heliumatom aus? Also jetzt brauchen die Menschen eine Vorstellung davon, was ein Atom überhaupt ist. Ja, und das ist das typische Bild hier. Also wir stellen uns das als kleines Planetensystem vor. Das wäre so eine klassische Vorstellung. Wir haben den Atomkern und wir haben die Elektronen, die um diesen Atomkern herum rotieren auf verschiedenen Bahnen. Das ist ja auch wieder ein Bild aus Wikipedia. Das hat natürlich ziemlich lange gedauert, bis jetzt in das 20. Jahrhundert hinein oder Rutherford ist das ja, also ungefähr um die Jahrhundertwende 1900 herum kam man auf die Idee, also zu untersuchen, man hatte überhaupt die technischen Möglichkeiten, aber auch eben die Ideen, was Atome denn sein könnten. Und im Rutherford-Experiment kann man im Internet auch nachschauen. Da ist man drauf gekommen, dass Atome im Wesentlichen aus leerem Raum bestehen, mit einem winzig kleinen Atomkern im Zentrum, der ist viel kleiner als hier dargestellt, stark vergrößert, überhaupt was sieht, und eben diesen Elektronen, die da drum herum schwirren. Und die Elektronen sind relativ zum Atomkern sehr leichte Teilchen, fast schon substanzlos, also sie haben schon Gewicht, aber sehr wenig. Und der Atomkern selber besteht aus zwei verschiedenen Arten von Teilchen, das wusste man dann nach einer Weile auch, nämlich Protonen und Neutronen. Und die entscheidenden Kriterien oder Zahlen, die ein Atom charakterisieren, von diesen 80 stabilen verschiedenen Atomen, ist die Ordnungszahl Z. Und die gibt an, wie viele positiv geladene Protonen, das sind die roten Kullern hier, das sind relativ große Teilchen, also die Bestandteile des Atomkerns, Protonen, beim Wasserstoffatom ist nur ein Proton alleine im Zentrum, deswegen Ordnungszahl 1. Beim Helium haben wir einen Atomkern, der besteht aus zwei Protonen plus zwei Neutronen, das sind diese grauen Kullern hier, also zwei Sorten von schweren Teilchen, die den Atomkern ausmachen, sind aber auf jeden Fall sehr viel kleiner als das Atom insgesamt. Die Größe eines Atoms, das sind 10 minus 10 Meter oder ein Angstström, das wird definiert durch den Durchmesser der Elektronenbahnen, also die Elektronenbahnen, ähnlich wie die Bahnen von dem Planeten um die Sonne, die definieren ja auch die Größe des Sonnensystems, nicht etwa die Größe der Sonne, sondern die Größe des Sonnensystems, der Durchmesser der Planetenbahnen sagt uns, wie groß ist denn eigentlich unser Sonnensystem und das ist hier auch das Entscheidende. Also die Größe eines Atoms definiert oder festgelegt durch den Radius oder den Durchmesser der Bahnen, der Elektronen und den Atomkern. Also hier gibt es drei Komponenten und das sind die gleichen drei Komponenten für alle 80 stabilen Atome, Proton, rot, im Atomkern, Neutronen, grau hier markiert, weil sie elektrisch neutral sind im Atomkern und dann die Elektronen sehr leicht und negativ geladen und die Protonen sind positiv geladen. Und ein normales Atom ist immer neutral. Es hat also genauso viele Elektronen, die den Atomkern umkreisen, wie Protonen, die im Atomkern drin sind. Das heißt, wenn ich einen Atomkern habe, also einen nackten Atomkern, der besteht zum Beispiel aus acht Protonen und acht Neutronen, das sind immer gleich viele ungefähr. Um das zu verstehen, warum wir in Atomkernen immer ungefähr gleich viele Neutronen wie Protonen haben, da müsste man erstens die schwache Wechselwirkung, die vierte Naturkraft kennen und zweitens ziemlich viel über Quantenmechanik verstehen. Das führt jetzt zu weit. Aber nehmen wir es einfach mal an, Atomkern möchte ungefähr gleich viele Protonen wie Neutronen haben. Wenn wir jetzt so einen Atomkern haben, acht Protonen, acht Neutronen, dann sucht er sich aus der Umgebung acht Elektronen, die überall rumschwirren, damit er neutral ist. Weil die elektrische Kraft zwischen positiv und negativ geladenen Ladungen, ungleichnamige Ladungen, ziehen sich an. Die ist so stark, dass ein nackter Atomkern, der kommt praktisch nicht vor, er versucht immer neutral zu sein. Das heißt, ein Atomkern, der z-fach positiv geladen ist, also z-Protonen enthält, der wird immer von z-Elektronen umkreisen. Und die Anzahl der Elektronen, die Anzahl der Elektronen, definiert die chemischen Eigenschaften. Zum Beispiel gibt es in der Chemie diese 18-Elektronen-Regel, die gilt im Allgemeinen für die meisten Edelgase. Also wenn die 18 Elektronen ausnahmen, dann ist es zufrieden. Das ist so eine besonders stabile Konfiguration. Und ein solches Atom wäre dann chemisch unreaktiv, wie eben ein Edelgas. Also die Anzahl der Elektronen legt fest, was für Eigenschaften ein Element, das aus diesen Atomen besteht hat. Und deswegen ist die Ordnungszahl z so entscheidend. Aber die Ursache, warum so und so viele Elektronen an Atomkernen umkreisen, die tiefere Ursache ist die Anzahl der Protonen, der positiv geladenen, größeren Elementarteilchen, nee, Elementarteilchen sind es nicht, größeren Teilchen im Atomkern. Also im Kern haben wir z-Protonen, z-Ordnungszahl aus dem Periodensystem, die gleiche Zahl, und N-Neutronen. Wobei die Zahl N-Neutronen, die ist ungefähr gleich Z, also etwa gleich viel. Allerdings, und da komme ich gleich noch drauf, in schwereren Atomen haben wir immer einen Neutronenüberschuss. Und das liegt daran, dass diese Naturkraft, die dafür sorgt, dass eigentlich ein Atomkern gleich viele Protonen wie Neutronen hat, dass die nachgeben muss gegenüber der gegenseitigen elektrostatischen Abstoßung der Protonen. Protonen stoßen sich gegenseitig ab, die sind ja hier sehr dicht gepackt im Atomkern, und das ist energetisch ungünstig. Gleichnahmige Ladungen stoßen sich ab, und deswegen versucht die Natur, wenn man immer höhere Ordnungszahlen hat, dann zusätzliche Neutronen dazwischen zu schieben. Das heißt, schwerere Kerne haben nicht mehr gleich viele Protonen wie Neutronen, sondern einen immer größer werdenden Neutronenüberschuss, je höher die Ordnungszahl ist. Aber das ist eine Feinheit. Jedenfalls, typische Atome oder alle Atome des Periodensystems der chemischen Elemente bestehen dann nur noch aus drei Bausteinen, nämlich Protonen, Neutronen und den leichtenden, den Atomkern umkreisenden Elektronen. Und das Atomgewicht ergibt sich eigentlich hauptsächlich aus der Anzahl der schweren Teilchen, die sind relativ schwer, relativ zu den Elektronen, im Atomkern. Im Atomkern habe ich eben Z-Protonen und N-Neutronen, und da kann ich sagen, Atomgewicht in atomaren Masseneinheiten und eine atomare Masseneinheit, Amu, die entspricht in etwa dem Gewicht eines Protons oder Neutrons. Und Proton und Neutronen sind etwa gleich schwer. Das heißt, ich kann einfach die Anzahl der Protonen und Neutronen addieren, Z plus N, und kriege dann das Atomgewicht raus. In Amu. Amu ist irgendwas mit 10 hoch minus 22 Kilogramm. Kann ich dann also auch in Gramm oder Kilogramm umrechnen. Und zum Beispiel beim Sauerstoff-Atomkern, da haben wir 8 Protonen und 8 Neutronen, also gleich viele, weil es ein leichter Kern ist. Und das heißt, das Atomgewicht ist 16. Ja, kann man nachgucken, und der Atomgewicht ist es ungefähr 16. Da sind noch ein paar Stellen hinterm Komma, es gibt verschiedene Isotope und so weiter, aber 16 ist schon mal eine ganz gute Abschätzung für das Atomgewicht, weil das Gewicht eines Atoms definiert hauptsächlich der Atomkern und es ist einfach proportional zur Anzahl von Protonen plus Anzahl von Neutronen. So ist der Atomaufbau. Ja, das Interessante ist jetzt, bis 83 ist das stabil, danach zu starker Abstoßung der Protonen untereinander und deswegen sind alle schwereren Elemente, wie zum Beispiel Uran, radioaktiv. Und noch schwerere Elemente als Uran, die Transurane, die haben dann immer kürzere Lebensdauern und die ganze Palette der chemischen Elemente ist in unserem Universum begrenzt auf die stabilen bis ungefähr 83 und dann vielleicht noch ein paar langlebige bis Uran, das ist Ordnungszahl 92, aber dann ist Feierabend. Und wenn die Naturkräfte ein bisschen anders, also im Gleichgewicht wären, also die starke Kraft zum Beispiel noch ein bisschen stärker wäre, das ist eine der vier Naturkräfte, dann gäbe es viel mehr chemische Elemente als die uns bekannten 83, also bis zu Bismuth 83 sind sie stabil, sondern gäbe es stabile vielleicht noch bis 500 oder so was, also superschwere Elemente, aber es gibt sie nicht. Es hört bei 83 auf, bei Bismuth. Etwa gleich viele Protonen, Neutronen im Kern, bei schweren Kern-Neutronen-Überschuss, da haben ja Protonen ungünstig, da sie sich gegenseitig abstoßen. Aber grundsätzlich die Tendenz, diese starke Drang, gleich viele Protonen wie Neutronen zu haben. Und dann gibt es noch Isotope. Also die Ordnungszahl, die Zahl der Protonen und damit die Zahl der Elektronen legt die chemischen Eigenschaften fest. Wenn ein Atom gleich viele Elektronen hat wie ein anderes Atom, dann ist chemisch das Gleiche. Ja, zum Beispiel Sauerstoff. Sauerstoff hat acht Protonen, also acht Elektronen, und das ist eben Sauerstoff. Jetzt gibt es aber auch Atomkerne, die sind auch stabil, nicht so viele, aber ein bestimmter Prozentsatz des Sauerstoffs. Die haben nicht acht Neutronen, sondern neun oder zehn Neutronen. Und das ist zum Beispiel, bei zehn Neutronen habe ich also acht Protonen im Atomkern, die roten, und zehn Neutronen statt der normalen acht, dann kriege ich Sauerstoff 18. Ja, acht plus zehn. Und das ist schwererer Sauerstoff. Der ist aber auch stabil, ist nicht radioaktiv, und das wäre chemisch nicht zu trennen. Es verhält sich genauso chemisch, bildet also genauso Wasser und so weiter, wie der normale 16er Sauerstoff, acht plus acht. Und das nennt man Isotop. Es ist also eine schwerere Version eines normalen chemischen Elementes, oder auch eine leichtere Version. Da unterscheidet sich das Atom, oder diese Atome des Isotops, nur in der Anzahl der Neutronen. Ist aber chemisch identisch. Gut, das zum Begriff der Isotope. Und Isotope gibt es jetzt dann ganz viele, weil es für die schweren Elemente gibt es meistens ganz viele verschiedene Isotope, gleiche Zahl von Protonen, unterschiedliche Anzahl von Neutronen. Und da gibt es hier die sogenannte Nuklidkarte. Und jedes kleine Kästchen hier, ich weiß nicht, ob man das im Video erkennen kann, jedes kleine Kästchen ist ein Isotop, also ein Nuklid, ein Atomkern. Und in der Horizontalen hier haben wir die Anzahl der Protonen. Also in der Horizontalen ist die Protonenanzahl konstant und nach oben werden es immer mehr Protonen. Das ist also die Ordnungszahl. Z gleich 82 hier zum Beispiel wäre Blei. Und da gibt es ganz viele verschiedene, hier farblich markiert, verschiedene Isotope mit unterschiedlicher Neutronenzahl. Die horizontale Achse ist die Neutronenzahl. Das heißt, wenn ich jetzt Blei habe, 82 Z gleich 82 ist Blei. Ich gucke lieber noch mal nach, ob das stimmt. Also wo hatten wir in unserem Periodensystem? Ordnungszahl 82 Plumbum, das ist Blei. Okay, alles mit 82 Protonen im Atomkern ist Blei. So, und das ist diese gestrichelte Linie hier. Und jetzt gibt es also hier gelb, dann orange, dann schwarz und dann hier in diesem Violettton markiert, jede Menge verschiedene Isotope mit einer ganz verschiedenen Anzahl von Neutronen. Es ist so, wenn die Neutronenzahl sehr stark abweicht von der stabilen Neutronenzahl, es gibt eine Neutronenzahl, ist der Kern am stabilsten, dann sind diese Isotope radioaktiv. Zum Beispiel beim Kohlenstoff 14. Kohlenstoff hat sechs Protonen und sechs Neutronen. Der stabile Kohlenstoff ist also Kohlenstoff 12. Jetzt gibt es Kohlenstoff 14. Der hat statt der sechs Neutronen acht Neutronen. Das ist zwei Neutronen zu viel. Und das zweite Neutron, das zerfällt über den Beta-Zerfall. Deswegen ist Kohlenstoff 14 radioaktiv. Und all diese Viecher hier, die gibt es zwar, sie sind aber zum Teil sehr kurzlebig und sind etwa Beta-Minus oder Beta-Plus radioaktiv. Die sind also radioaktiv bis auf die Schwarzen. Die Schwarzen sind die Stabilen. Und wir sehen hier bei diesem sehr schweren Element Blei, dass wir einen gewaltigen Neutronenüberschuss haben, weil eigentlich die ideale Gerade ist diese dünne Linie hier, die so um 45 Grad Winkel nach oben geht. Da haben wir die gleiche Anzahl von Protonen und Neutronen. Und bei den schweren Elementen haben wir einen enormen Protonenüberschuss. Also ein stabiles Blei. Ein Bleiatomkern hat einfach viel mehr Neutronen wie Protonen. Okay, und nur eine bestimmte Menge macht den Kern dann stabil. Das ist also schwarz hier markiert. Da gibt es vier oder fünf stabile Blei-Isotope, aus denen Blei besteht. Diese schwarze Linie hier, die so zickzack nach einem Sträch rechts oben, so ein bisschen abknickend nach oben geht, das ist das Tal der Stabilität. Und das endet eben bei der Ordnungszahl 83. Und alles darüber hier, das ist alles radioaktiv, in verschiedenen Typen der Radioaktivität. Deswegen diese bunte Markierung. Ja, aber aus diesen verschiedenen Atomkernen und damit Atomen, also Isotopen, besteht die ganze Welt. Und es gibt so ungefähr, ich glaube, etwas über 200 stabile Isotope. Und die machen dann eben diese 80 verschiedenen stabilen chemischen Elemente aus. Ja, aber jetzt hat sich ja zum Glück unsere Idee, woraus die Welt besteht, wieder so ein bisschen vereinfacht. Nämlich auf die Zahl 3. Also man hat gerne entweder 1, alles besteht aus dem selben Zeug, oder vielleicht 3. Also 4 ist halt schon ganz schön 4. Das war diese 4-Elemente-Theorie hier. 4 Ursubstanzen. Jetzt sind wir sogar besser als im Mittelalter. Wir haben nur noch 3 Urbausteine, weil wir verstanden haben, was ein Atom ist. Und Atome bestehen aus Protonen, Neutronen und Elektronen. Ja, steht aber immer noch ein Fragezeichen dran. Ist das richtig? Alles besteht aus 3 Bausteinen, Protonen, Neutronen und Elektronen. Hätten wir die Frage in der Teiche nun endlich mal geklärt. Ja, ist in gewisser Weise richtig, aber dann haben die Leute angefangen, ja was ist denn Protonen und was ist ein Neutronen? Wodurch unterscheiden die sich denn? Und dann ging das schon wieder los. Genauso wie bei den Atomen selber. Man entdeckte also immer mehr Bausteine, aus denen Protonen und Neutronen bestehen könnten. Elementarteilchen. Ja, also das ist die erste Frage oder zwei Fragen. Sind Protonen, Neutronen und Elektronen wirklich Elementarteilchen? Oder auch die Frage, was ist denn überhaupt ein unteilbares Teilchen? Kann ich jetzt wirklich ein Proton nicht teilen? Kann ich ein Elektron nicht teilen? Das war die Idee dann. Also das war ja schon bei den alten Griechen so, dass die Atome gefälligst die kleinsten Bausteine sein sollten und damit nicht mehr teilbar. Jetzt haben die Physiker aber ungefähr geschafft, alles zu teilen, was ihnen in die Quere gekommen ist. Und das machte die Sache immer schwieriger. Es stellte sich aber heraus bis heute, das Elektron ist nicht teilbar. Das Elektron, hier die wichtigsten Eigenschaften, hat eine Ladung, ist negativ geladen, und zwar die Elementarladung. Es ist eine Naturkonstante, es ist immer genau dieselbe Ladung. Kann man in Coulomb messen mit so einem 1, irgendwas, also 6, also es war irgend so eine Zahl in Coulomb. Die Elementarladung. Dann die Masse kann man angeben als Energie nach E gleich im C², 511 Kilo Elektronenvolt. Durch C², durch diese Naturkonstante geteilt, wäre das dann eine Masse in Kilogramm, aber eine sehr kleine Masse. Es ist sehr leicht, hat aber eine feste Masse. Und dann der Durchmesser. Durchmesser ist 0. Ja, also dann ist es ja gar nicht da. Wenn etwas 0 Durchmesser hat, gibt es das gar nicht. Also zum Beispiel, ich nehme hier dieses Papier. So ein Papier hat einen Durchmesser, also Millimeter ist es nicht, ist wesentlich dünner, auch nicht ein Zehntel Millimeter, ist vielleicht 100 µ oder sowas dick. Ja, und wenn ich das jetzt immer dünner mache, dann wird es natürlich immer weniger vorhanden sein. Es wird immer durchsichtiger. Und wenn ich den Durchmesser auf 0 setze, ist es weg, nach unserer Vorstellung. Also ein Objekt, was einen Durchmesser von 0 hat, das kann es irgendwie gar nicht geben. Aber das Elektron hat nach unseren Messungen, ich bin ja Experimentalphysiker, mir geht es um Messungen. Ich versuche den Durchmesser eines Elektrons zu bestimmen, das kann ich machen, indem ich zwei Elektronen aufeinander schieße und gucke, ob sie zusammenstoßen. Also wenn zwei Teilchen so einen relativ großen Durchmesser haben, kann man sich vorstellen, zwei Planeten, ja, die stoßen natürlich relativ leicht zusammen, weil sie so groß sind. Wenn ich dagegen zwei Mücken habe, die sollen jetzt aufeinander zufliegen und zusammenstoßen, dann müssen sie schon genau treffen, ja, weil die so klein sind. Oder zwei Staubkörner. Und ich kann also Elektronen aufeinander schießen, zwei Elektronen strahlen und gucken, ob es Streuprozesse gibt. Ja, und natürlich stoßen die sich ab, weil sie ja diese Ladung haben. Ich muss berücksichtigen, dass es die langreichweitige elektrostatische Abstoßung gibt, deswegen gibt es immer Ablenkung. Aber wenn sie wirklich aufeinandertreffen, also wenn da harte Kugeln im Elektronen irgendwo drin sind, also das Zentrum sei eine harte Kugel, dann muss das ja so einen Zusammenstoß geben. Also eine Abweichung von der rein elektrostatischen Ablenkung. Und wenn ich die finde, dann habe ich den Durchmesser gefunden. Okay, ja, und den finde ich eben nicht. Da gibt es immer nur die elektrostatische Ablenkung. Und egal mit was für einer Energie, die ich aufeinanderschieße, die verhalten sich wie Punkte mit Nulldurchmesser, die diese negative Ladung tragen. Ja, dann haben sie auch noch einen eigenen Drehimpuls. Also sie drehen sich um sich selber mit Spin 1,5 h quer. Es ist, ja, so wie ein Kreisel. Es sind keine kleine Kreisel. Den spinnen diese Fähigkeit oder diese Eigenschaft der Elektronen, dass sie sich um sich selber drehen. Die kann man auch messen. Ja, Spin 1,5. Dann haben sie noch einen magnetischen Moment, ein geladenes Zeichen. Was sich um sich selbst dreht, ist so etwas wie ein Kreisstrom. Und wir wissen ja, dass ich mit einer Spule, durch die ich Strom fließen lasse, und Strom sind ja Elektronen, kann ich ein Magnetfeld erzeugen. Und so hat dieses Elektron für sich selber, weil es sich um sich selbst dreht, auch ein magnetisches Depotmoment. Das ist also ein kleiner Tafelmagnet, wenn man so will. Weil es sozusagen ein minimalistischer Kreisstrom ist. Es gibt eine Ladung und sie dreht sich. Also habe ich ein magnetisches Moment. Gut, das kann man verstehen. Also ein magnetisches Moment, das ist auch. Und es ist ein stabiles Elementarteilchen. Jetzt habe ich Elementarteilchen gesagt. Weil es einen Durchmesser Null hat, glauben die Leute, das kann man jetzt nun wirklich nicht mehr teilen. Und das ist auch so nach unserem heutigen Wissen. Das Elektron ist eines ein Elementarteilchen. Proton und Neutron sind keine Elementarteilchen. Ja, also wenn es kein Elementarteilchen wäre, dann hätte es einen endlichen Durchmesser. Also zum Beispiel als homogen geladene Kugel. Das ist es nicht. Der Durchmesser ist Null. Und dann hätten wir als elektrische Feldstärke bei einer homogen geladenen Kugel, das Elektrostatik-Grundvorlesung, wäre es so, dass die abstoßende Kraft zwischen zwei Elektronen, also ich bringe zwei Elektronen zusammen und die stoßen sich immer stärker gegenseitig ab, weil ja dieses Kraftgesetz 1 durch R², da wächst die abstoßende Kraft mit dem Quadrat des Abstandes, aber mit 1 durch dem Quadrat. Je kleiner der Abstand ist, also wie zwei Magnete, die sich gegenseitig abstoßen, also Nordpol und Nordpol, wenn ich die zusammenbringe, wird die abstoßende Kraft immer größer. Und das ist bei den Elektronen, bei Elektrostatik auch so. Ich bringe die immer weiter zusammen. Und das folgt einem Kraftgesetz. Und das ist diese Kurve hier. Die Kraft wird mit sinktem Abstand immer größer. Bis ich schließlich dazu komme, dass sich die beiden Kugeln, wenn es die Kugeln sind, berühren und dann würde die Kraft wieder abnehmen. Je nachdem, woraus die Kugeln bestehen. Also entweder würde die Kraft, wenn es harte Kugeln sind, senkrecht ins Unendliche gehen. Ich kann sie nicht näher bringen. Oder sie flaut hier bei einer homogenen geladenen Kugel wieder ab. Bei den Elektronen hat man gefunden, dass sich diese Kurve 1 durch R² einfach fortsetzt, bis zu Abständen unvorstellbar klein. Kleiner als alles, was man sich, also so klein, wie wir heute messen können. Und wir können ganz schön klein messen. Das heißt, nach allem, was wir wissen, ist, dass Elektronen eine Singularität im Raum, es hat Nulldurchmesser. Ja, ist natürlich ein bisschen nervig, aber mit Nulldurchmesser kann man irgendwie nicht so viel anfangen. Aber das ist auch die Definition eines Elementarteilchens. Heute, ein Elementarteilchen, was man nicht mehr teilen kann, deswegen ist es elementar, die sind punktförmig. Kein messbarer Durchmesser als Kriterium, um zu entscheiden, was ist denn nun eigentlich ein Elementarteilchen. Ja, was ist jetzt mit den anderen beiden Bestandteilen unseres Atoms, Proton und Neutronen. Das Proton, positiv geladen, und zwar genau die gleiche Ladung, bloß andersrum, positive Elementarladung. Masse ist 2000 mal die Elektronenmasse, das heißt, der Atomkern ist viel schwerer als die Elektronen. Es hat auch einen eigenen Drehimpuls um sich selbst. Es dreht sich genauso wie das Elektron mit einem bestimmten Schwung um sich selber, aber es ist nicht punktförmig. Man kann einen Durchmesser messen. Genau mit der Methode, die ich gerade beschrieben habe, also Streuprozesse, kommt 1,7 Fermi raus. 1,7 Fermi, 10 hoch minus 15 Meter ist ein Fermi. Ja, es gibt eine Ladungsverteilung. Es ist also nicht nur homogen geladene Kugel mit einem bestimmten Durchmesser, sondern es gibt überall positiv, es ist überall positiv geladen, soweit man das ja heute messen kann. Es gibt so ein Maximum, dann geht es wieder runter und dann wieder hoch und dann nach außen hin flaut die positive Ladung dann ab. Also es ist eine Ladungsverteilung und das ist ein bisschen komisch. Dann muss man sich ja fragen, aus was für einer Substanz besteht denn das Proton? Also offensichtlich hat es ja ein Innenleben, wie so ein Apfel, da ist ein Kern drin oder sowas. Also das ist kein Elementarteilchen. Das besteht aus irgendwas, noch elementarerem. Und beim Neutron ist es genau das Gleiche. Es hat keine Ladung, ungeladen. Es ist etwas schwerer als das Proton, aber nur ein bisschen. Hat auch einen Eigendrehimpuls von Spin 1,5, dreht sich um sich selber. Es hat aber ein magnetisches Moment. Ja, das ist natürlich ein Problem. Also ein neutrales Teilchen sollte nach dem Modell einer elektrischen Spule, wie ein Magnetfeld entsteht, Kreisstrom, ja, also eine stromdurchflossene Spule, da entsteht ein Magnetfeld. Das kennen wir vom Elektromagneten. Wenn wir aber keinen Strom haben, mangels Ladung, also es ist ja ungeladen, das Neutron, dann sollte es auch kein magnetisches Moment besitzen. Dass das Neutron ein magnetisches Moment besitzt, wissen wir schon ganz lange. Und das war schon ganz lange ein Hinweis darauf, dass es kein Elementarteilchen ist, sondern da drin schwirrt irgendwas rum im Kreis, was geladen ist. Das Neutron besteht aus geladenen Teilchen. Und zwar allein schon deswegen, weil es nach außen hin dieses magnetische Moment hat, also ein Magnetfeld. Es ist nicht punktförmig, das ist der zweite Hinweis, dass es aus irgendwas besteht, ähnlich wie das Proton, ist ungefähr gleich groß, 1,7 Fermi. Ja, die beiden sind also nicht Elementarteilchen. Und dann wurde auch die Ladungsverteilung gemessen und da wurde es jetzt noch wilder als beim Proton. Da gibt es also Bereiche in bestimmten Abstand vom Zentrum, hier blau markiert, die sind negativ geladen. Und andere Bereiche sind positiv geladen. Und das kompensiert sich nach außen hin genau zu Null. Aber innen besteht das Neutron aus positiven und negativen Raumladungszonen, die irgendwie dann noch in Rotation sich befinden. Das hat die Leute schon sehr verblüfft. Aber es ist klar, es muss Bausteine für Proton und Neutron geben. Und dann hat man versucht, rauszufinden, was das denn für Bausteine sein könnten. Und die Suche nach Bausteinen, das macht man einen großen Beschleuniger, und das waren immer Kollisionsexperimente. Man hat also zum Beispiel hier Protonen auf andere Protonen geschossen. In diesem Fall hier ist aus dem Lehrbuch, das ist ein schönes Lehrbuch, hier Tipler, Seite 1321. Das deutet schon an, dass der Tipler ein sehr dickes Lehrbuch ist. Aber man versteht einen Haufen aus diesem Lehrbuch. Okay, ein einfallendes, hochenergetisches Proton, hier gelb, kollidiert mit einem ruhenden Proton. Das ist hier der Fall. Und die kleine grüne Spirale, als Illustration, so richtig grün ist sie nicht, aber das ist damit gemeint hier, die kleine grüne Spirale rührt von einem Elektron her, das aus einem Atom herausgeschlagen wurde. Und das ist eine Spirale, weil da ein Magnetfeld angelegt ist, damit man die unterschiedlichen Ladungen der herausgeschlagenen Zeichen eben erkennen kann. Was aber entscheidend ist, ist da, wo ein hochenergetisches Proton mit einem anderen Proton zusammenstößt, dann explodieren die beiden Protonen und zerfallen in ihre Bestandteile, wenn man so will. Das ist nicht ganz richtig, weil es sind eigentlich Reaktionen zwischen verschiedenen Teilchen, aber es entsteht ein ganzer, ja so ein Fächer von neun Teilchen, die da zu beobachten sind. Es wäre falsch zu sagen, dass das Proton oder die beiden Protonen hier aus diesen Teilchen bestanden sind, das wäre falsch, aber es entstehen jedenfalls ganz viele neue Teilchen, die hier also ganz bestimmte Anzahlen auch sind und das sehen wir jetzt hier, was haben wir denn hier aus dem Stoß gehen? Sieben negativ geladene Pi-Minus-Teilchen, ferner ein neutrales Lambda-Null-Teilchen und so weiter. Es entstehen ein ganzer Schauer von Teilchen und das ist bei bestimmten Stößen ist das immer dasselbe, aber dann gibt es wieder andere Stöße, da kommen andere Teilchen dabei heraus und so hat man versucht herauszufinden, woraus Proton und Neutron besteht und dabei kam Folgendes heraus, das Proton besteht aus drei Quarks und das Neutron auch und zwar aus den beiden Quarksorten, es gibt noch mehr Quarks, aber es gibt zwei stabile Quarks und zwar das Up-Quark und das Proton besteht aus zwei Up-Quarks und einem Down-Quark und das Neutron besteht aus einem Up-Quark und zwei Down-Quarks. Das ist die heutige Lehrmeinung. Proton und Neutron bestehen aus unterschiedlichen Zahlen von Up- und Down-Quarks. Insgesamt gibt es sechs verschiedene Quarks, aber nur das Up- und Down-Quark sind stabil, die anderen zerfallen nach sehr kurzer Zeit. Ja, jetzt ist die Frage, was ist ein Quark? Ja, bei den Quarks gibt es erstmal so ein ganz grundsätzliches Problem, man kann sie nicht als einzelne Zeichen beobachten. Also ich gehe nochmal zurück auf dieses Streubild. Es wäre natürlich sehr hübsch, wenn jetzt bei so einer Kollision das Proton, das stoßende Proton in seine drei Quarks zerfallen würde und dann geben hier drei solche Spuren raus mit zwei Up-Quarks und einem Down-Quark und dann hätte man den Beweis, ja, okay, wunderbares Proton besteht aus diesen drei Quarks. Das geht aber nicht. Freie Quarks gibt es nicht. Das nennt man das Quark-Confinement. Es wurde noch nie in einem Experiment ein freies Quark beobachtet. Und das ist dann schon ein Nachseil, wenn man sagt, also die ganze Welt besteht aus Up- und Down-Quarks und Elektronen. Das ist nämlich die heutige Vorstellung. Aber einen Up- und Down-Quark haben wir noch nie beobachtet, so richtig, dass man den mal studieren kann in aller Ruhe im Labor. Dann würde ich sagen, ist das ein gravierender Nachteil dieses ganzen Quark-Modells. Und doch ist das das Modell, was bei weitem am meisten an Phänomenen erklären kann. Also, die Teilchen Proton und Neutron bestehen aus drei Elementarteilchen, zwei Up- und einem Down- beziehungsweise zwei Down- und einem Up-Quark. So, was sind jetzt diese Quarks? Die sind eben Bestandteile vom Proton, also müssen sie sehr viel leichter sein. Es sind auch Fermionen, das hatte ich jetzt nicht erklärt, ist auch nicht so wichtig, Fermionen sind Spinn eine halbe Teilchen. Hatte ich vorhin mal gesagt, das Elektron ist ein Spinn eine halbe Teilchen, das Proton hat Spinn eine halbe, also die drehen sich alle um sich selber und diese Quarks eben auch. Und das sind jetzt Teilchen mit einem Durchmesser Null, die Quarks. Man kann sie nicht direkt studieren, aber das ist die Lehrbuchmeinung beziehungsweise die Theorie, die all diese verschiedenen Experimente erklären kann. Die Annahme ist, Proton und Neutron bestehen aus Up- und Down-Quarks und diese beiden Quarks sind Fermionen und sie haben keinen Durchmesser, sie haben eine Ladung, die ist gebrochen zahlig gegenüber der Elementarladung. Das ist das zweite große Problem. Wir haben im Labor noch nie eine gebrochen zahlige Elementarladung gefunden. Alle elektrischen Ladungen, die man experimentell nachweisen kann, sind immer vielfacher der Elementarladung. Und die Elementarladung ist genau die Ladung in Coulomb, ist eine Naturkonstante des Elektrons beziehungsweise des Protons. Ja und hier soll jetzt dieses Up- und das Down-Quark, also Up-Quark soll plus zwei Drittel der Elementarladung haben und das Down-Quark minus ein Drittel der Elementarladung. Ja sonst kommt das nämlich nicht hin, dass das Neutron aus drei Quarks neutral ist und das Proton einfach positiv geladen ist. Deswegen diese komischen Drittelzahlen. Ja zusätzlich muss ich eine neue Quantenzahl einführen, um ein quantenmechanisches Naturgesetz zu erfüllen, das Bauli-Prinzip. Die müssen zusätzlich noch eine andere ja eine Art ja eine Eigenschaft haben, die wir gar nicht kennen. Die haben wir mal als Farbe bezeichnet. Das ist aber keine richtige Farbe, sondern die Farbe steht nur als Platzhalter für eine neue Eigenschaft. Die können rot, blau oder grün sein. Aber das ist keine Farbe. Man kann die sowieso nicht sehen, diese Quarks. Also die gibt es ja auch gar nicht als einzelne Zeichen. Dann haben sie diese Massen hier, also ein winziger Bruchteil Proton- und Neutronenmasse, 2,3 MeV und 4,8 MeV für das Down-Quark, spinneinhalbe und punktförmig. Ja, also das ist ja schon eine ganz schöne Krücke hier. Wir behaupten jetzt, die ganze Welt besteht aus Up- und Down-Quarks und Elektronen und nur die Elektronen kann ich nachweisen. Die anderen Zeichen sind eher im hypothetischen Raum, jedenfalls für den Experimentator nicht direkt greifbar. Trotzdem muss ich sagen, also es sieht so aus, als wäre dieses Standardmodell der Elementarteilchenphysik und das ist das Standardmodell der Elementarteilchenphysik heute, die Quark-Theorie ist doch sehr erfolgreich im Erklären von sehr vielen experimentellen Beobachtungen. So, also die These wäre heute, alles besteht aus drei Bausteinen, Up-Quark, Down-Quark und das Elektronen. Das ist der Stand heute. Ja, da wären wir eigentlich am Ende angekommen, es ging ja um Teilchen, jetzt habe ich aber immer noch nicht erklärt, was ist denn überhaupt ein Teilchen? Ja, also das sind ja ganz komische Sachen hier, ich kann das Up- und Down-Quark, das kann ich gar nicht einzeln beobachten, was ist denn ein Teilchen, was ich nicht beobachten kann? Ich kann das nicht aus dem Verband des Protons oder Neutrons rauslösen. Also, Frage, noch nie wurde ein einzelnes Quark beobachtet, da muss ich ja wenigstens Grund angeben, also die Theoretiker, wenn sie schon mit so einem Modell, also der Quark-Theorie, Quark-Theorie ankommen, da müssen wenigstens Grund geben, warum die Experimentatoren jetzt diese Drittelladung nicht beobachten können. Und das ist das sogenannte Quark-Confinement. Und zwar ziehen sich diese Quarks, das ist hier, C steht für Charm-Quark, das ist jetzt nicht ein Up- und Down-Quark, sondern als Beispiel hier ein anderes Quark. Es gibt insgesamt sechs verschiedene Quarks und das Charm-Quark ist nicht stabil, aber es reicht für einige Mikrosekunden, dass man es untersuchen kann. Also hier dieses, das ist ein Elementarteilchen, ich glaube es ist ein Pion aus einem Charm-Anti-Charm, der Querstich oben drüber ist das Anti-Quark-Teilchen, also Quark-Anti-Quark-Paar, sowas gibt es, kann ich im Beschleuniger präparieren, lebt auch lange genug, dass man es untersuchen kann, bevor es zerfällt. Und jetzt versuche ich das zu trennen. Ich habe also Teilchen, man hat es nicht mit Protonen oder Neutronen gemacht, weil die aus drei Quarks bestehen, das ist ein bisschen nervig, das sind zu viele, aber mit Teilchen, die aus zwei Quarks bestehen, das sind Pionen. So, die kann man herstellen und die leben auch eine Weile und jetzt haben wir versucht, die zu trennen. Und wenn man die trennt mit irgendeiner gewaltigen Kraft, ja, also Stoß zum Beispiel, dann ist die Interpretation, warum die nicht als einzelne Teilchen auftreten können, die, dass hier so viel Energie notwendig ist, dass das Feld, das ist die starke Wechselwirkung, das Feld, das anziehende Feld zwischen diesen beiden Quarks so gewaltig stark ist, dass die Feldenergie ausreicht, dass aus dem Vakuum neue Teilchen, Antiteilchenpaare erzeugt werden können. Ich kann nämlich aus dem leeren Vakuum, aus dem leeren Raum mit reiner Energie neue Teilchen herausschlagen, wie wenn ich mit einem Hammer auf dem Amboss schlage und es sprüht Funken, so kann ich mit Energie aus dem leeren Raum neue Teilchen erzeugen, allerdings immer Paare von Teilchen und Antiteilchen. So, und dann ist die Idee, dass hier also Teilchen, Antiteilchenpaare entstehen, in diesem Fall ein Downquark und ein Anti-Downquark und die verbinden sich sofort mit den beiden schon vorhandenen Quarks zu neuen Pionen. Ich kann also hier dieses Pion zerteilen in zwei Quarks, aber innerhalb extrem kurzer Zeit bilden sich einfach zwei neue Pionen und im Experiment kann ich dann nur diese Teilchen aus zwei Quarks nachweisen, aber niemals die Quarks alleine. Und der Grund ist, die extrem hohe Feldenergie in dem anziehenden Feld der starken Wechselwirkung zwischen den beiden zu trennenden Quarks. Das nennt man das Quark Confinement. Mesonen sind das, ja genau, Mesonen. Gut, ja, also alles besteht aus drei Bausteinen, Up-Quark, Down-Quark und Elektronen. Und jetzt gibt es noch eine Frage. Also das war jetzt die Antwort auf die Frage, warum man noch nie ein einzelnes Quark beobachtet hat. Jetzt noch eine weitere Frage. Es gibt noch andere Elementarteilchen, wie zum Beispiel Neutrinos. Da der Begriff geistert sind auch Geisterteilchen, sehr schwer zu nachzuweisen. Der geistert immer mal so durch die Literatur, haben vielleicht meine Zuhörer auch schon mal gehört. Wie passen denn zum Beispiel diese Neutrinos in dieses ganze System rein? Und gibt es da vielleicht ganz viele verschiedene Elementarteilchen. Da sind wir am Ende wieder bei 80 angekommen. Ja, also es gibt tatsächlich nicht bloß Up- und Down-Quarks und das Elektronen, aber das sind die drei Bestandteile der normalen Materie. Also da wären wir jetzt mal am Ende angekommen. Jetzt kann man aber noch die anderen Elementarteilchen mit nennen und man kommt dann zu diesem Block hier von insgesamt 4 mal 3, also 12 Teilchen. Und für all diese Teilchen gibt es auch noch Antiteilchen, dann sind wir bei 24. Aber diese 12 Teilchen hier, das sind die nach der heutigen Meinung existieren Elementarteilchen, die sind alle punktförmig, aus denen die Welt besteht. Und relativ wichtig für uns sind nur die ganz links. Die sind ja nach Generationen getrennt, weil es zu jedem stabilen Elementarteilchen, Up-Quark, Down-Quark, dann hier das Elektron und dann kommt noch dieses Elektron-Neutrino dazu. Neutrinos sind was besonderes, Geisterteilchen, darüber könnte man eine eigene Vorlesung halten. Die sind eben auch Elementarteilchen, gibt es auch noch. Zu jedem dieser Elementarteilchen der ersten Generation gibt es noch zwei schwerere Versionen. Die unterscheiden sich nur in ihrer Masse. Das Elektron zum Beispiel hatte diese Masse von 511 Kilo Elektronenvolt oder 0,511 Megaelektronenvolt. Und da gibt es das Myon und das Tauon, die jeweils eine entsprechend höhere, also etwa 200 mal höhere und hier sogar viel mehr, also tausendfach höhere Masse haben als das eigentliche Teilchen. Diese Teilchen hier in der zweiten und in der dritten Generation, Generation heißen die genau, die sind nicht stabil. Stabil sind nur die Dinger ganz links. Also das ist unsere Vorstellung. Alles besteht hier aus diesen vier Elementarteilchen. Ja, wenn ihr es im Wikipedia nachschaut, da sind ja noch mehr Teilchen aufgelistet, nicht nur diese 12, die hier gezeigt sind. Und das, darauf bezieht sich dieses Wort hier, alle richtigen Elementarteilchen. Also ich muss jetzt noch mehr Teilchen einführen, die werde ich aber nicht diskutieren. Wir sind eigentlich am Ende angekommen mit Up- und Downquark und Elektronen. Es geht hier um richtige Teilchen in diesem Diagramm, nämlich spinneinhalb Teilchen. Das sind sogenannte Fermionen und Teilchen mit einem Eigendrehpuls von ein halb Haar quer. Das ist ein bestimmter, ja, Umschwung, wie so ein Kreisel, also eine bestimmte Drehung. Die nehmen Platz ein. Das sind richtige Teilchen, man kann sie nicht an den selben Ort bringen. Zwei Teilchen, wie zwei solche Kaffeetassen, am selben Ort geht nicht. Also die beanspruchen Platz und diese Teilchen hier sind alles Fermionen und damit sind sie richtige Teilchen in dieser vereinfachenden Notation, die im Platz beanspruchen. Pauli-Prinzip ist das. Und sie sind auch punktförmig. Also das ist die Eigenschaft, ich habe ihnen jetzt hier in diesen zwölf Teilchen, alle Teilchen genannt, die Elementarteilchen sind und eben auch das Kriterium richtige Teilchen erfüllen, also Platz beanspruchen. Es gibt natürlich noch die Antiteilchen dazu, mit denen haben wir aber normalerweise nichts zu tun. Ja, dann gibt es allerdings noch viel mehr Teilchen, nicht elementare Teilchen und das ist ein ganz wichtiger Punkt für dieses Quark-Modell, also dass man diese Quarks als Grundteilchen annimmt, die man leider einzeln nicht nachweisen kann, mit dieser Idee, dass alles aus Quarks besteht, also zumindest, also wenn mal abgesehen von den Leptonen, also Elektronen und Neutrinos, bestehen alle diese Teilchen aus Quarks und man kann aus den sechs Quarks, ich gehe noch mal zurück, aus diesen sechs Quarks hier kann man ganz viele verschiedene Teilchen, nicht Elementarteilchen, sondern Teilchen aufbauen, nach so einem Baukastenprinzip. Und das finden wir in Wikipedia, das sind zum Beispiel die Bayonen, das ist eine bestimmte Art von Teilchen und zwar sind das alles Teilchen, die aus drei Quarks bestehen. Hier haben wir zum Beispiel ein bestimmtes Teilchen, das ist das Proton, das haben wir schon, das besteht aus zwei Up-Quarks und einem Down-Quark. Dann haben wir das Neutron, das besteht aus einem Up-Quark und zwei Down-Quarks. Und dann haben wir hier das Lambda-Bayon als nächstes, das besteht aus einem Up-Quark, einem Down-Quark und einem Strange-Quark, also einem der anderen vier, die wir noch haben und so weiter und so weiter und so weiter. Jetzt kann man diese sechs Quarks, die es insgesamt gibt, in dreier Einheiten und die Bayonen bestehen immer aus drei Quarks, kann man die, kann man ganz viele Teilchen zusammenbauen mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften und diese Liste, das zeigt hier dieser blaue Pfeil, der geht noch viel weiter nach unten. Und diese Teilchen werden zu einem Spin 1,5, diese drei Quarks zusammengebaut. Dann kann ich drei Quarks auch zu Spin dreihalbe addieren, wenn alle drei Spin 1,5 der Quarks parallel stehen, dann gibt es 1,5 plus 1,5 plus 1,5, gibt 3,5. Dann kriege ich nochmal neue Teilchen, auch einen Haufen. Dann kann ich auch Teilchen aus zwei Quarks zusammenbauen, das sind die Mesonen. Und da haben wir hier die Pi-Mesonen aus Up- und Anti-Down-Quark und so weiter. Also ich kann auch Anti-Quark-Teilchen noch nehmen und kriege insgesamt hier einen Haufen Zeichen. Also Baryonen, Teilchen aus drei Quarks, Mesonen, Teilchen aus zwei Quarks. Ja, also jede Menge. Es gibt also jede Menge Zeichen, die aber alle nach unserer jetzigen Vorstellung aus diesen sechs Quarks bestehen, beziehungsweise den dazugehörigen Anti-Quarks. Und zu jedem Zeichen insgesamt gibt es dann eben auch ein Anti-Teichen. Und diese Anti-Teichen-Teichenpaare, die kann ich aus dem Nichts erzeugen. Aus dem Nichts heißt aus reiner Energie, zum Beispiel hier, das ist so eine Blasenkammeraufnahme, ein Gamma-Quant wechselwirkt mit einem Atom. Ich brauche sozusagen als Katalysator ein Atom. Das wird aber nicht verändert. Das muss nur in der Nähe sein, um die Impulsbilanz auszugleichen. Das Gamma-Quant kommt an und es steht ein Elektron- und Positronpaar, also das Anti-Elektron. Und man kann das hier erkennen, dass das eine rechts rum und das andere links rum rotiert, indem in diesem Experiment hier angelegten Magnet fällt. Und hier geradeaus weiter ist der Rückstoß des Atoms, das weggeschlagen worden ist, zu bemerken. Und hier haben wir nochmal viel höher energetisches Teilchen-Anti-Teichenpaar, das hier zusätzlich in einem anderen Prozess erzeugt wurde. In der Blasenkammer sind aber Gamma-Quanten nicht sichtbar. Also man muss sich vorstellen, das wird alles von Gamma-Quanten, also harter Röntgenstrahlung durchschossen und ab und zu wechselwirkt die mit so einem Atom. Und dann entstehen neue Teilchen-Anti-Teichenpaare. Ich kann also Teilchen aus dem Nichts heraus entstehen lassen, indem ich Energie zuführe. Und das wirft ein interessantes Licht auf die Frage, was ist denn überhaupt ein Teilchen? Ja, und jetzt geht es aber noch weiter, bevor ich diese letzte Frage noch beantworten möchte, ist, hinzu kommen noch die Wechselwirkungsteichen. Und da komme ich zum Thema der nächsten Stunde, das sind die Naturkräfte. Da gibt es vier Naturkräfte und von den vier Naturkräften werden drei über den Austausch von Wechselwirkungsteichen von anderen Teilchen, nicht diese richtigen Teilchen, sondern es sind auch nicht falsche Teilchen, sondern es sind die Träger der Naturkräfte, also die Austauschteichen, weil sie über den Austausch dieser Teilchen wird eine Kraft vermittelt. Das ist jetzt das komplette Diagramm hier, wie wir es im Internet vielfältig finden. Da ist hier zusätzlich eine vierte Spalte, neben den drei Spalten, die wir schon kennen, eingemalt. Und das ist das Photon hier oben, dann das Nun und dann die beiden Eichbosonen der schwachen Wechselwirkung. Und diese Teilchen hier, was die sind, das will ich nächstes Mal erklären. Es sind auch Elementarteilchen, sind auch punktförmig. Sie sind nicht, ja doch, sie sind teilweise elektrisch geladen, sie haben ganz unterschiedliche Eigenschaften. Ihr einer wesentlicher Unterschied zu diesen Teilchen hier ist der, dass es keine richtigen Teilchen sind. Das heißt, sie beanspruchen keinen Platz. Und das liegt daran, dass ihr Eigendrehimpuls hier, das ist diese Eins hier unten, der ist Eins statt Einhalb. Also die anderen Teilchen haben alle einen Spinn von Einhalb, das ist eine Naturkonstante, und dann heißen sie Fermionen. Währenddessen diese Viecher hier, die haben einen höheren Eigendrehimpuls, nämlich von Eins statt Einhalb. Damit sind sie Bosonen. Und Bosonen beanspruchen keinen Platz. Und das kann ich auch ausprobieren. Ich kann zwei sehr starke Laserpulse nehmen und die kreuzen, dass sie zusammenstoßen. Und sie durchdringen sich ohne irgendeine Wechselwirkung. Und das liegt daran, dass die Lichtteilchen, die Photonen, eben keine richtigen Teilchen sind, sondern Bosonen, die keinen Platz beanspruchen. Mit richtigen Teilchen, also Elektronenstrahlen zum Beispiel, sehr intensive Elektronenstrahlen, da würden Elektronen natürlich zusammenstoßen, die beanspruchen Platz. Na gut. Also das sind noch zusätzliche Teilchen und dann noch ein ganz kompliziertes Teilchen hier, das Higgs-Boson, das kommt auch nochmal dazu. Das hat überhaupt keinen Spinn. Das ist das einzige Teilchen, was einen Spinn Null hat. Das führt aber zu weit. Ich habe jedenfalls die Frage beantwortet, nach dem heutigen Stand der Lehrbuchmeinung, woraus besteht die Welt? Aus Up-Quarks, Down-Quarks und Elektronen. Oder als Arbeitshypothese mehr praktisch ist, Protoneutronen und Elektronen. Daraus bestehen die 80 stabilen Elemente des Periodensystems und damit praktisch alles in der Welt, in der wir leben. Zum Schluss noch die Frage, ganz kurz, was ist ein Teilchen wirklich? All diese Teilchen mit Ausnahme des neuen Higgs-Bosons drehen sich um sich selber und all diese Teilchen kann ich aus dem Nichts mit reiner Energie heraus schlagen, aus dem Vakuum. Und deswegen wäre es eigentlich eine bessere Vorstellung, dass man diese Teilchen als Anregungszustände der Raumzeit nimmt. Kleine Wirbel in der Raumzeit und diese Wirbel vielleicht wie Wirbel auf einer Wasseroberfläche. Nehmen wir an, die Raumzeit selber sei eine ruhige Wasseroberfläche. Und wenn da keine Energie ist, ist das eben ein stiller See. Und wenn ich jetzt Energie reinbringe, also zum Beispiel mit meinem Finger da rühre, dann kann ich einen kleinen Wirbel erzeugen. Und wenn es keine innere Reibung des Wassers gäbe, dann würde dieser Wirbel stabil immer weiter wirbeln. Naturgesetz der Drehimpulserhaltung. Und so kann man sich so ein Teilchen vielleicht besser vorstellen als Arbeitsvorstellung, als jetzt einen kleinen Ball. Weil einen Ball mit Nulldurchmesser kann man sich nicht vorstellen. Aber ein Wirbel, der zwar außen als Wirbel erkennbar ist, aber nicht wirklich ein Zentrum, nicht wirklich eine Substanz in der Mitte hat, sondern je näher man kommt, umso mehr Wirbel ist da. Aber es ist eigentlich, es gibt keinen Kern oder sowas. Das ist einfacher zu verstehen. Und dass man auch einen Wirbel-Anti-Wirbel-Teil, einen Wirbel-Anti-Wirbel-Paar erzeugen kann, indem ich zum Beispiel durch eine Wasseroberfläche, die in Ruhe ist, mit dem Finger durchfahre, dann kann man sich vorstellen, dass man entlang der Bahn des Fingers so kleine Wirbel erzeugt, die nach rechts und nach links weggehen und der eine geht rechts rum und der andere links rum. Das wäre die Idee der Teilchenerzeugung mit Energie von Teilchen-Anti-Teilchen-Paaren. Denn ich kann nicht nur Teilchen erzeugen. Diese Paar-Erzeugung, du weißt es ja auch schon, die geht nur, wenn ich gleich viele Teilchen wie Anti-Teilchen erzeuge, aus dem leeren Raum mit Energie. Ich kann also Teilchen mit richtiger Masse, also richtige Teilchen, die haben auch eine Masse und alles, haben dann eben auch die Anti-Teilchen, die entsprechende Anti-Masse, aber Anti-Masse ist der falsche Ausdruck, das ist auch Masse. Die kann ich erzeugen. Das heißt, eigentlich sind, als vielleicht ein bisschen brauchbarere Arbeitsvorstellung Teilchen, Protonen, Neutronen oder Atome schon eher, da kann man eher mit dem Ball ankommen, aber bei Protonen, Neutronen oder gar Elementarteilchen, da würde ich eher solche doch sehr verschwommenen, nebulösen Wirbel der Raumzeit als eine Vorstellung anbieten wollen, die der Realität näher kommt, speziell, wenn wir es dann auch mit den quantenmechanischen Eigenschaften dieser Teilchen zu tun haben, also dieser seltsamen Wellennatur der Teilchen, die ja sehr dominant wird in der Welt der Elementarteilchen. Und da ist wirklich diese Vorstellung eines diffusen Wirbels der Raumzeit passender als die eines Zuständnisballs einer kleinen Gula, als Arbeitshypothese. Also ich kann die Frage, was ist ein Teilchen wirklich, nicht wirklich beantworten. Alles besteht aus Quarks, Up- und Down-Quarks und Elektronen, wobei eben die Quarks den großen Nachteil haben, dass man sie nicht einzeln in aller Ruhe untersuchen kann. Man kriegt sie nicht getrennt aus einem Quark-Verband. Aber das ist jedenfalls das heutige Standardmodell der Elementarteilchenphysik. Ich bin jetzt hauptsächlich auf die sogenannten Fermionen eingegangen, also die drei linken Spalten in dieser typischen Darstellung aller Elementarteilchen, die es gibt. Und nächstes Mal geht es dann um die Naturkräfte und damit dann eben um die vierte Spalte in diesem Diagramm. Ich gehe da nochmal zurück, also hier um die vierte Spalte hier. Das sind die Teilchen, die die Kraftwirkung der Naturkräfte vermitteln. Soviel für diesmal also zum Thema Teilchen im Weltbild der Physik. Danke und bis zum nächsten Mal. Danke. Danke.